Grundsätzlich muss Bildung Fähigkeiten vermitteln, um dem digitalen Wandel konstruktiv zu begegnen und dessen Potenzial nutzen zu können. Bildung unterstützt uns beim Erlangen und Behalten unserer digitalen Souveränität. Was gibt es für Möglichkeiten, die Player im Bildungswesen wie Dozierende, Lehrpersonen, Berufsbildnerinnen und Berufsbildner, aber auch Studentinnen und Studenten, Schülerinnen und Schüler, Lernende, bei dieser sehr grossen Aufgabe zu unterstützen? Der Bund und verschiedene Kantone haben hierfür diverse Digitalisierungsoffensiven finanziert und gestartet. Eine solche Offensive schauen wir uns nun etwas genauer an. BeLearn, ein Kompetenzzentrum für Digitalisierung und Bildung wurde vom Kanton Bern initialisiert. Die Universität Bern, die Berner Fachhochschule und die Pädagogische Hochschule Bern sowie die Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne EPFL und die Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB haben gemeinsam BeLearn gegründet und aufgebaut. Weiter bestehen Kooperationsvereinbarungen mit anderen Institutionen, um gerade in der heutigen VUCA-Welt mit all ihren Kompetenzanforderungen in einem möglichst breiten Netzwerk an gemeinsamen Lösungen zu arbeiten. Nur durch das Teilen von Wissen können wir Synergien maximal nutzen und gemeinsam mehr erschaffen. Seit dem 1. Januar 2022 wird im gemeinsamen mehrsprachigen Hub in Bern Forschung geforscht und entwickelt. Die Forschenden innerhalb BeLearn nutzen die Synergien, die sich in der hochschulübergreifenden Zusammenarbeit ergeben und setzen gemeinsame Projekte in den Themenbereichen Digital Skills, Digital Tools und Data Science for Education um. Bedingung für Forschung innerhalb von BeLearn ist, dass der Mehrwert für die Praxis von Beginn weg mitgedacht wird. Die Forschenden müssen sich überlegen, wem die Resultate ihrer Forschung dienen und in welcher Form die Resultate zu diesen Personen oder Personengruppen gelangen. Dies kann mit Events passieren oder auch mit spezifischen Ausbildungen, mit Weiterbildungen und Beratungen, in denen die Forschungsergebnisse Thema sind. Diese Übersetzung von der Forschung in die Praxis und auch wieder zurück von der Praxis in die Forschung nennen wir auch Translation. In den ersten Monaten seit dem Start der Tätigkeit wurden schon verschiedene Projekte begonnen und umgesetzt. Somit können beispielsweise Forschungsprojekte zu den Digikompetenzen von Vorschulstufenkindern oder von Seniorinnen und Senioren umgesetzt werden oder Projekte zu Hochschuldidaktik oder zu digitalen Hilfsmitteln, die Menschen mit einer Beeinträchtigung, zum Beispiel einer Sehbehinderung oder einer Schreibstörung unterstützen können. Nebst den Forschungsprojekten setzen die Menschen in BeLearn auch verschiedene Entwicklungsprojekte um. Hier steht nicht die Forschung an erster Stelle, sondern eine ganz konkrete Umsetzung, die direkt der Praxis dienen soll. So zum Beispiel bis Ende 2023 ein grosses Projekt für alle Lehrpersonen der Berufsfachschulen und der Gymnasien im Kanton Bern. Da geht es darum, digitale Unterrichtsinnovationen aufzuspüren und unter den Lehrpersonen miteinander zu teilen. Auch verschiedene Start-ups tragen innerhalb von BeLearn zur Weiterentwicklung der Digitalisierung im Bildungswesen bei. Zum Beispiel, indem sie ein Tool entwickeln, das im Unterricht oder im Studium verwendet werden kann. Die Zielgruppe von BeLearn ist sehr breit. Es sind nämlich die Menschen. Denn wir alle müssen lebenslang lernen und auch im Themenbereich Digitalisierung ständig am Ball bleiben und uns weiterentwickeln. Die Vision vom Kompetenzzentrum BeLearn ist, Vertrauenspartner für Digitalisierung in der Bildung zu werden. Damit will BeLearn dazu beitragen, dass wir alle den grossen Wandel, in dem wir aufgrund der Digitalisierung gerade sind, als Chance nutzen und wir den Herausforderungen konstruktiv begegnen können. Sie sehen, es gibt bereits kreative Ansätze, sich den Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung in der Bildung anzunehmen. Und bestimmt kommt die nächste innovative Idee von Ihnen. Vielen Dank.